Kruscht, das ist etwas wie Mehl, aber etwas grobkörniger oder so. Das ist so altes Zeug. Kruscht, äh, Unordnung. Ja, Müll oder sowas. Ähm, Unordnung. Kruscht, ja, was ist Kruscht? Und das ist Zeug, das sind Sachen, die eigentlich keinen Wert mehr haben, aber die man trotzdem nicht wegschmeißt, weil man sie ja vielleicht irgendwann doch mal noch brauchen könnte. Und, äh, ja, das ist ein ziemlich altes Wort, das kommt von Gerust, also hat was mit Rüsten und mit Ausrüstung zu tun. Und, äh, war früher überall verbreitet, hat sich mittlerweile ins Schwäbische zurückgezogen.